Ja, da kommt der Edi ja. Hä? Hast du dir aber Zeit lassen? Hä, ja. Jetzt aber husch husch husch. So ist das nicht gemein gewesen. Husch husch husch. Hä? Ja komm. Kleine Rabauke. Ja, du bist ein Rabauke. Ja. Fertige Rabauke. Ah, jetzt ist Edi wieder fort. Ah, das wird kompliziert. Edi? Edi? Ich seh dich. Hinter dem Gebüsch. Ja komm mal. Ja komm. Hä? Einen links. Wink die Strassenseite bewachen. Rechte Strassenseite bewachen. Ja, machst du gut. Und tschüss zusammen. Ja. Und jetzt. Jungs. Edi? Hä? Hä? Ja, ich komm raus. Hey, hey. Noch nie dort durch, wo ich möchte. Einfach gar nie. Eigentlich das Mille in der Welt. Ja. Edi? Wo steckst du? Hä? Wo ist Edi? Irgendwo lautlos unterwegs. Ich komme mir ja etwas bequälen. Ich muss doch den da auf. Klammheimlich und leise. Hä? Odin? Klammheimlich und leise. Ich rufe da auch der Kollege Edi. U나 mal. Uma... Wunderschöne. Klammheim Hä? So genau? Jetzt ist der Edi wieder im Spiel. Jetzt ist der Odin fort. Ja, wo ist er hin? Nein. Ich bin auch etwas der Grund. Das kommt ja. Ni zwei Jungs. Weitere nachgefunden. Super schnell weg. Pass auf Odin. Wann geht er? Ja, kann ich nicht schauen. Bevor er Scheisse baut. Ja genau. Pass auf. Mühen wir schauen. Aufs Millas Spuren. Wir zwei. Edi, wann nicht zupfchen? Wann ist der Peschler unterwegs? Ja. Ich bin elegant. Wolltest du auf dem Baum? Ja, kannst. Probier es. Ja, schnapp dich. Ja. Auf dem gleichen wie der Edi. Ja, das war ja klar. Ja, da war ja klar. Auf dem Baum. Ja, das war ja klar. Ich bin nicht auf dem Baum. War ja klar. Ja, das war ja keiner. Ich bin nicht amok, die ancestren sind. Und das war ja klar. Über die Welt. Wie geht's dann? Und da war ja klar. Hä, wollen wir den Baum aufgreifen? Ja, zwei. Ja, dann können wir weiter mit dem Holz. Odin, ran! Hey, was hast du? Ich habe etwas gefunden. Ja, gestern. Jetzt ist die Namen stur. Ich habe etwas gefunden. 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 Das Big Brother schaut euch. Oh, Dien. Ja. Hey, wo ist der andere? Hm? Wo ist der Odin? Hier schön bist du da, wo ist der Odin? Odin? Da kommen wir ja. Hinten rein zu schnacken. Sasa. Ist mal der die Erste. Ist mal der die Erste. Ja komm, wo ist der Besse? Ja nein, du wirklich. Hä? Was kann ich denn mit den Medien? Ei, 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 ei. Hä, mein Grosser. Edi? Wo bist du? Komm. Ja komm. Edi? Ja schnell. Ja. Ja da sind wir ja. Hä? Hä? Ich musste fast rufen. Ah, schluss nicht verlieren. So jetzt ist es aber auch mal gut. Jetzt gehen wir weiter. Hä? Hast du ein Vögel gesehen? Oh oh. Hä, Edi komm. Wo ist der Odin? Wo ist der Odin? Komm für die Telefon. Da oben grüße ich Edi. Und jetzt wo ist der Odin? Odin? Ja komm schnell. Ja da sind wir. Komm. Odin. Odin hat er etwas gesehen. Komm gehen wir mal gucken. Hey. Was hast du entdeckt? Ja, was hast du entdeckt? Was freissest du da? Hä? Väterli. Väterli. Hä? Und Odin wieder hinten rein. Hä? Fein. Da müssen wir immer warten. Odin. Komm. Fragen drauf. Ja. Na ich bitte malthrough das He Shane. Wegen. Wie die Nerf zit? Der Vogel. Nein, nicht drauf, Edi. Edi. Nein, 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 nein. Der könnte mir schon in die Krabbe jodeln. Komm. Ja, komm. Hopp, hopp, hopp. Ja, hopp, 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 habe ich nicht gemeint, die müssen gerade im Vollgalopp kommen. Ja, Bremsen ist gut. Und Edi kennt den Weg, du noch nicht, gell? Ja, da vorne gehen wir runter. Oh. Oh, hä? Ja, da vorne gehen wir runter, komm. Edi ist schon vorausgesickert. Hä? Edi? Nicht so schnell, wir kennen den Weg, wir zwei. Für den Odin ist es noch neu. Ja. Der ist noch komplett ein neuer Weg für den Odin. Und dann erst noch ein steiler. Ja, komm, schauen, wo er bleibt. Hä? Sicher eine Begleitung machen. Big Ed. Die hängt da so wieder wach im Fell. Oh, furchtbar. Hm? Machst du den Fahrläufer? Edi? Hm? Wollt ihr ihn hinten rein? Wenn er dann mal fertig ist mit Schnüffeln? Hä? Ja, aber wenn er fertig ist mit Schnüffeln. Nein, 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 Junge. Jetzt gehen wir nicht ins Dickrecht. Bubi, gell? Was schweiz ich auch? Ist ja eh Wurst. Hm? Edi sichert ab. Wartet auf mich wenigstens. Ah ja. Ihr wartet. Ja, das ist ja lieb. Überaus lieb. Hä? Da muss ich aber mal... Aufpassen, aufpassen. Jede Schritte. Nicht so nahe wie ihr. Vier Pfotungen. Mit Spikes. Ja, jetzt geben wir auch ein Flüsschen. Hey, komm. Und einen Abstecher machen. Hey, meine zwei grossen Jungs. So rennen hättet ihr jetzt nicht müssen. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ja, ja. Ja, ja. Puh. Ja, du. Edi. Was hättest ich so? Hä? Was hättest du denn so? Was hättest du denn so? Hier, versteht man's gar nicht. hab ich nicht. Hetto mir noch rizicca. Eddy! Hast du brisant? Also komm, wenn es Didi brisant hat, dann gehen wir auch. Was meinst du? Ich kann nicht nachschauen. Hey, Didi! Oh, tatsächlich. Oh, das war's, dass ich hier. Oh, ja, ich bin, ich kann nach dem Kopf haben. Jetzt wird's, dass ich jetzt mal in den hearten will, der sich damit auch ein bisschenen. Damit meint ihr Wendt Heu? Na eben denn, hä? Na eben denn! Komm! Edi! Komm! Ja, schnell! Ja! Komm! Nicht verheddern! So und jetzt aber! Sonst kann man gar nicht schauen, wie steht die da vorne! Odin! Hahahaha! Hä? Was denn Lauf? Was denn Lauf? Alles die Bika! Aber alles immer die Bika! Wasser! Klettere! Jacke! Und spiele! Und jetzt! Hä? Edi komm! Zeig nochmal deine Sprinterqualitäten! Zeig es nochmal! Auf drei! Drei! Zwei! Eins! Go! Komm! Wer ist der Zweite! Wer ist der Zweite! Wer ist der Zweite! Odein? Odeine! Odeine! Wo haben wir jetzt den verloren? Odeine! Odeine! Keibe Schlawiner. Du Keibe Schlawiner. Ja, 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 lach mich noch aus. Gehen wir nach Hause, komm. Jetzt ist ja schon voraus. Dann sehen wir es ja.